hallo willkommen zurück zu bons jungen und ich war gerade drüben beim boss mortis er hat mir ein usb stick mitgegeben und er meinte nur das ist heiß und damit schauen wir mal auf den usb stick drauf denn er mitgegeben hat also los geht's ja ja Was ist das? 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 Was ist das?